Hier einige Impressionen. Ich werde heute Abend mit euren Gedanken spielen. Nee, ich auch nicht. Hallo. Das Karussell der Geister gruselt wie dunkler Kleister. Wie nennt man einen mittelalterlichen Frauenarzt? Weiß das einer? Wie soll ich sagen? Marktforscher. Mein Name ist Enno. Enno Engel. Nein, und I got some loan tickets on the right line. Cause the right line is my line and the left line is the stupid motherfucker. Oh my God! Nur atmen. Alles easy. Nein, nicht immer nur so. Auch nur so. Killer. Es ist aber stylisch. Ja, stylisch. Außer. Wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Der Deutsche sucht den Superstar für Veganer. Wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Perfekt. Wie ihr seht, treffe ich viele interessante Menschen, die mich auf meinem Weg inspirieren und beeinflussen. Ich bin jetzt in Köln, chill hier noch ein bisschen ab, hab morgen Auftritt, werde die Termine demnächst auf meiner Seite bekannt geben, ich werde dann noch in Hamburg was machen, ich werde in Berlin was machen, ich werde in Ulm auftreten, ich werde nach Stuttgart fahren und so weiter. Wie gesagt, jetzt bin ich langsam soweit, wo ich euch auch sagen kann, wo ich bin, ich wollte mich vorher noch ein bisschen ausprobieren, ich denke ihr habt bestimmt dafür Verständnis. Ich würde sagen, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, alles auf eine Karte mit Rie. Yeah!